Und da gibt es manche Menschen, das sind solche Egoisten, ey, da kann ich richtig ausrasten. Der Krankenwagen muss schon abbremsen und dann machen die erst ganz langsam Platz, dass sie den Krankenwagen durchlassen können. Bei solchen Menschen kriege ich echt Aggression, ey. Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiter hier wieder am Start. Ja, heute bin ich mal wieder mit der BMW unterwegs. Auch heute das allererste Mal, dass ich dieses Jahr in den Harzhof fahre. Also, ich habe gedacht, okay, heute sieht das Wetter echt gut aus, ist alles trocken. Habe ich gedacht, naja, wage ich es mal und fahre mal in den Harz hoch. Mal gucken, wie weit ich komme. Da oben liegt, glaube ich, noch ein bisschen Schnee rum. Ich werde zwar nicht ganz hoch fahren bis zum Torfhaus oder so, aber ein Stückchen fahre ich hoch in den Harz. Das heutige Thema, was ich mit euch ansprechen will, finde ich extrem wichtig und ich bin darauf aufmerksam geworden, wo ich jetzt am Montag meine Prüfung in Hildesheim hatte. Da bin ich auf der Autobahn nach Hildesheim gefahren. Und da habe ich an den Brücken gesehen, diese Warnschilder, Achtung, oder Rettungsgasse. Also auf jeden Fall, ich blende euch am besten das Bild einfach mal jetzt ein. So, jetzt habt ihr das Bild ja mal gesehen. Und zwar, dass man eine Rettungsgasse bilden soll. Und wo ich das gesehen habe, ist mir auch sofort im Kopf eingefallen, dass in letzter Zeit immer häufiger Notärzte oder Rettungswagen nicht zu ihrem Einsatzort kommen, weil die Straßen verstopft sind und die Leute nicht in der Lage sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Was ich extrem traurig finde. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche dieses Thema heute einfach mal an, weil ich es auch extrem wichtig finde. Im Endeffekt geht es oft um Leben und Tod und oft zählt wirklich jede Sekunde. Und wenn man dann teilweise in den Zeitungen liest, dass Einsatzkräfte fast einen Kilometer zum Einsatzort laufen mussten, weil sie mit dem Rettungswagen nicht durchkamen, da kann ich echt sauer werden. Ich verstehe solche Leute nicht, was daran so schwer ist, wenn sowieso Stau ist, einfach eine Rettungsgasse zu bilden. Wenn ich auf der Autobahn bin, mit dem Auto, ich fahre immer, wenn Stau ist, ganz links oder ganz rechts, so dass sie genug Platz haben, erstens um den Motorradfahrer im Sommer durchzulassen und zweitens, wenn ein Unfall ist, dass die Einlasskräfte ohne Probleme durchkönnen. Weil ihr müsst immer daran denken, es kann doch mal gut passieren, dass ihr selber einen Unfall habt. Und da wollt ihr ja auch natürlich, dass die Einlasskräfte so schnell wie möglich am Ort sind. Und ich glaube, ihr werdet da auch sauer, wenn manch andere Menschen die Straßen da total versperren. Ja, noch voll easy hier durch die Kurve. Das ist Axel seine Lieblingskurve. Hier vorne kommt gleich meine Lieblingskurve, aber da fahren wir auch total easy durch. Weil ich bin ja dieses Jahr mit der BMW wirklich noch nicht viel gefahren, wenn es mal 50 Kilometer sind. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Und deswegen ist das auch ein Appell an alle Leute, macht wirklich Platz auf der Autobahn. Wenn Stau ist, es könnte um Leben und Tod gehen. Das ist ja genauso, was ich immer wieder beobachte, wenn ich durch die Stadt fahre, jetzt ganz normal durch die Stadt, und ich höre schon Sirenen. Ich höre schon Sirenen. Ich muss den Krankenwagen nicht mehr sehen. Da fahre ich schon zur Seite, um Platz zu machen, damit ich nicht erst, wenn der Krankenwagen hinter mir ist, erst Platz mache, sondern ich mache schon frühzeitig Platz. Und da gibt es manche Menschen, das sind solche Egoisten, da kann ich richtig ausrasten. Der Krankenwagen muss schon abbremsen, und dann machen die erst ganz langsam Platz, dass sie den Krankenwagen durchlassen können. Bei solchen Menschen kriege ich echt Aggression, ey. Mir ist gerade aufgefallen, die haben die ganze Straße hier neu gemacht. Wann ist das denn, Alter? Wie geil. Ich kann es gerade kaum fassen. Diese Straße, viele kennen die Straße ja auch aus meinen Videos, die war ja richtig übertrieben im Arsch. Und eigentlich hieß es ja immer, die wollen die Straße auch nicht neu machen, weil sie so viele Motorradfahrer hier zercrashen. Okay, ich war meiner Meinung, die meisten Motorradfahrer haben sich hier zerlegt, weil die Straße einfach so marode war. Das ist ja mega krass. Okay. Aber deshalb, Leute, wenn ihr euch das auch mal passieren solltet in der Stadt, dann fahrt halt einfach mal kurz rechts ran, macht Platz. Und wenn der Krankenwagen nicht da lang fährt, wo ihr gerade steht, dann fahrt halt einfach wieder weiter. Das ist meine ein, zwei Minuten mal kurz irgendwo stehen bleiben. Das kostet euch nicht die Welt. Das kann man ruhig mal machen. Ja krass, hier haben wirklich das ganze Stück hier neu gemacht. Da komme ich nicht drauf klar. Ich habe davon auch gar nichts irgendwie mitbekommen oder irgendwo gelesen, dass sie die Straße hier neu machen. Auf jeden Fall lässt es sich darauf sehr gut schon mal fahren. Also für alle, die die Strecke hier auch gerne fahren und die das noch nicht wussten, jetzt seht ihr es, die Strecke ist komplett neu geteert, komplett neue Fahrbahn. Uh, da freue ich mich schon auf die ersten warmen Tage. Hier war ja immer dieser übelste Hooken. Man sieht es auch immer in den Videos. Wo war der? Hier vorne war der. Genau hier war der, wo ich immer kurz aufgestanden bin, weil das wirklich so ein richtiger, ja, ein richtiger Huckel war. Das gab so einen richtigen Schlag immer. Ja, echt easy fahren hier. Weil man sieht ja noch, dass die Straße echt noch frisch ist. Und deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger, weil hier liegt bestimmt auch noch ein bisschen Rollstuhl. Ich habe hier gerade so in der Einkurve ein bisschen was gesehen. Da ist zum Beispiel Dreck gewesen gerade. Also echt chillig hier lang fahren. Nicht, dass hier irgendwo noch so eine ganze Stelle voll Rollspit ist oder so. Aber mega geil, dass sie die Straße hier neu gemacht haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und denkt ein bisschen dran, wenn Krankenwagen oder Sirenen sind, macht ein bisschen Platz, ein bisschen frühzeitig. Und wenn ihr im Stau steht, macht wirklich ein bisschen, auch da ein bisschen mehr Platz. Auch gerade für die Motorradfahrer im Sommer wieder, dass die durch können. Für Leute, die kein Motorrad fahren und sich darüber ärgern, dass die Motorradfahrer sich im Stau durchdrängeln. Nein, die drängeln sich nicht durch, sondern es geht im ersten Grund darum, dass es einfach in der Lederkombi Arsch heiß ist, wenn man steht. Und deswegen kriegt man ja ein bisschen Fahrtwind dann ab und das kühlt einen schon gut runter. Okay, es gibt natürlich auch welche, die nutzen den Vorteil aus. Na ja, ich hau jetzt ab. Oder bis zu sagt, das Video ist jetzt zu Ende. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Also, ciao Leute. Tschüss.